Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute zocken wir die Hardcore-Costume-Zombie-Map Rapids und mit dabei Reaper, der Nico und gerade zu uns gestoßen Kampfschaf. Guten Tag, Jungs. Mach du das recht, ich mach das Nico. Ja, also, wir müssen hier jetzt schon voll abgehen. Ich erkläre einfach mal so, wie es war. Wir haben diese Karte gerade zu dritt gespielt, also Reaper, Nico und ich. Und wir haben gemerkt, dass die ziemlich, ziemlich schwierig ist und haben uns jetzt einfach einen vierten dazuholt und das ist Kampfschaf. Ich wäre fast gestorben. Alter, wie ich bin. Oh, jetzt kommen wir raus. Also, 30 Sekunden dauert es, dann gehen hier diese Käfige auf und jetzt sind wir frei und können uns auch gegenseitig retten. Ja, rette mal, wir schützen. Ja, ja, ja. Uff. Nice. Alle in die Ecke hier. In die Ecke, in die Ecke, in die Ecke. Und jetzt immer nur einer schießen, Bondo. Da ist eine Waffe. Ist die gepanscht? Wo ist eine Waffe? Stimmt, da ist eine Waffe. Immer, immer nur einer schießen, Jungs. Komm ich nicht mehr raus. Ne, ich, ich. Na, mal zwei, mal zwei. Also, wir müssen jetzt 80 Sekunden aushalten. Da war ich nicht. 80 Sekunden, Jungs. Ich stehe ganz vorne, Alter. Nimm mal, nehm mal mal zwei, Jungs, bitte. Weil ihr hier auch so locker rauskommt. Oh Gott, wir kriegen es hin. In 80 Sekunden öffnet sich der Flur, Jungs. In 80 Sekunden. Ja, jetzt gleich. Müsste gleich soweit sein. Ich hab nicht getroffen. Da ist wieder was. Muni. Muni. Oh, jetzt werden wir alle sterben. Ich mach dich. Ja, rett ihn. Ich laufe hier. Rundenversuch. Ne, ne, ist keine gute Idee. Jetzt komm wieder zurück. Komm zurück. Hier, hier, egal. Komm dir nicht mehr zurück. Oh, nicht retten, nicht retten, nicht retten, nicht retten. Ich werde sterben, Jungs. Ja, mach keine Naten. Ich werf keine Naten. Ja, mach. Wir sterben alle? Sterben alle? Ja, alle tot. Alter, das ist so schwierig, ey. Ohne Scheiß. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt haben wir was. Oh Mann, ey. Ja, komm, Schatz. Du machst ja selber Maps, ne? Das ist schon richtig übertrieben hier, ne? Das ist richtig schwierig zu eng. Das ist sehr eng, das ist das Problem. Naja, das ist aber richtig das Problem. Das ist einfach arscheng. Ich find's aber richtig nice. Sowas gefällt mir. Das ist mal eine Herausforderung. Ja, ja, auf jeden. Ich bin wieder tot. Naja. Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Man kann Kramatten durch die Kielgegeber. Wo bist du denn? Er ist auf ihm drauf. Seht ihr das? Ja. Alter. Bringt mir aber grad nix. Häng fest. Echt? Oh Gott. Ist es gemacht. Oh nee. Schießt. Rennt nach hinten. Atomarme rette. Ich rette, ich rette, ich rette. Oh, ich hab keine Mütze mehr. Alle raus, da, raus, da, raus, da. Weg, weg, weg. Oh nein. Okay. Gott. Nicht so sprain, Jungs. Äh, zielt. 80 Sekunden. Ich will mir unbedingt. Oh, geil. Ich will mir unbedingt diese Waffe kaufen, die da vorne ist. Wie da vorne? Wie viel kostet die? Oh, ich hab sie noch gekauft. Ah, das schaffst du nicht, 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 das schaffst du nicht. Er schafft, er schafft. Ja. Weg, sehr moin alles. Was hast du da? Was hast du da? Äh. Oh. Alter. Die gepanscht. Die ist gepanscht, ja. Und lädt richtig schnell nach, richtig schnell. Jungs, ihr müsst euch die kaufen. Ja. Kauft sie euch. Jetzt lädt sie nicht mehr so schnell nach. Ich probier's wieder. Ja, ich schütze sie so gut ich kann. Ich laufe mit direkten Waffen. Oh, Gott. Ey, du. Ich hab eine Sample, ich hab lauter Granaten hingebracht. Ihr könnt. Ja, ich kann. Ich lebe meine eigenen Granaten. Ich kann nicht. Nur noch du lebst, nur noch du lebst. Nico, lauft nicht raus. Oh mein Gott, ist die Spur. Aber Jungs, die Waffe wird sich jetzt gekauft, ja? Wie viel kostet die? Ich weiß das nicht. Ah, da. Äh, 600. Ihr müsst euch die kaufen. Ich kann sie durch die Wand kaufen, glaub ich. Mach ich gleich. Wartet. Wartet. Ich kann sie mir, glaub ich, gleich kaufen. Boah, ist die schwierig, ey. Scheiße. Na, kommt jetzt hier noch ein Zermia. Oh Gott. Hat durch die Wunde so die Granate da kommt? Wenn wir in ein Land, ja? Was richtig nice ist, dass diese Animation, der Typ Toro, da sieht es immer so aus, als ob da einer durchkommt. Da sieht man ab und zu mal als Zombies, ja. Ballert man aus Reflex. Äh, wenn ihr mit dieser Waffe schießt, ne? Durch, mit, 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 mit. Oh, Alter. Bist du doch gleich, die Sekunden schlucken die mehr, ne? Ah, ich mach den. Oh, nein. Oh, ich muss nachladen. Keine Chance. Ich bin am Nachladen. Das sind keine Chance. Ja, ich bin am Nachladen. Alter. Die lädt ja ewig lange nach, ey. Ja, ja, gerade ging es aber ganz schnell bei mir. Insta-Killer oder sowas vielleicht. Ich habe jetzt wieder die Waffe gekauft. Wie habe ich das denn vorhin gemacht, dass sie so schnell nachgeladen hat? Ach so, jetzt. Ne, wenn du immer nur einen Schuss schießt, dann lädt die richtig schnell nach. Ey, jetzt drücke ich hier die ganze Zeit die falsche Tasse. Hä, ne, sie lädt bei mir richtig schnell nach. Okay. Wenn du sie nicht ganz leer schießt, dann lädt die richtig schnell nach. Ich teste das jetzt mal. Warte, warte. Warte, jetzt ist sie fast leer. Ne, geht voll schnell. Ihr könnt schon die Tore ducken, ne? Ihr könnt euch ducken. Naja, mach ich auch. Jungs, sie lädt richtig schnell nach. Boah, ey. Aber richtig schnell. Die darf nicht zu leer sein. Ja, du ziehst dich zur Seite, wenn du gedrückt hältst. Nice, ja, mit der Waffe geht's. Immer wieder nachladen, nicht ganz leer schießen. Nice. Ich konnte nicht, weil da nicht die Granate war. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, Jungs. Jetzt hab ich keine. Oh Gott, doch nicht meine eigene Granate. Jan, die hat den Kopf geworfen. Jetzt mach ich mir keine Sorgen mehr. Noch nicht. Ja, acht Sekunden. Ja, noch nicht. Nice. Klappt doch. Jeder könnte sich eigentlich theoretisch auf ein Fenster... Wow. Ne, ne. Lass mal hier so stehen. Also ich mein halt, hier von der Ecke aus. Noch ein Grenz der Konzer. Ne, ne. Ich wollte von hier siehst du nicht aufs ganz rechte. Eigentlich müsste es jetzt aufgehen hier, ne? Eigentlich. Ey, wie schneid ihr noch nicht? Oh, meine sie ganz langsam nach. Ich werde sterben jetzt. Doch nicht. Kann nicht schießen, Alter. Boah. Dienster Kill. Der traut sich. Ja, ich. Alter. Wow. Läder muss mich retten. Läder muss mich retten. Ich mach ich. Ja, schafft ihr. Lock mal. Schafft ihr. Wetter. Habt ihr gesehen, wie geil die Drops aussehen? Die Tür ist offen. Offen. Ab nach oben. Nein. sie ist noch nicht offen jetzt offen ich liebe ich liebe ja warte 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 schießt rett ihn rett ihn rett ihn hier können wir dich aber holen hier können wir dich holen die spawnen und die spawnen und ich kann ich nicht retten jetzt geht's die spawnen unten unten wartet wir retten ihn gleich ich brauche auch speedcola haben wir schon kaufen rett ihn rett ihn ja ich mach wie er hochgeschoben wurde oh mein gott mp40 alter die schwieriger als themen gefangen afterburner alter ja nice jungs jetzt klar jetzt geht es geht da der anfang ist ziemlich schwer auf die na richtig nicht ist ja auch wie gesagt die hat man was hören es gibt die ja das ist meistens so bei den mappern die map gibt es auch glaube ich noch in der normalen version nicht hardcore da springst du da was dort unten eine atombombe gehen wir nicht rüber alter gibt es hier irgendwo muni gibt es irgendwo muni ja afterburner kannst du immer wiederholen wie teuer ist die muni gut jungs dass sie mich alleine durchstehen für das 500 abgeräte viereinhalb okay wir haben ja die abgeräte ist doch richtig was los hier halt gesprungen alles anbott noch nicht offen jetzt es wollen hier zombies was dort oben in zwei minuten okay alles alles gepuncht alles gepuncht alles gepuncht in der kiste wenigstens etwas alles gepuncht oh nice gucken wann die fahrt kommt was liegt da unten da liegen double points ich komme mit mir fehlt das gute andere mitte erinnern ich weiß nicht wirklich in den führer drunter gehen damit wir eine ausweich chance haben die aug ich gebe auch mal kurz an die kiste natürlich das visier bringt aber nix nachladen aber ich brauche gar nicht zielen jungs wenn ihr die aug bekommt zielt mal es bringt so viel ich mache übel punkte wie sie sich die beiden haben die panzerfaust nein da war eine panzerfaust ich habe schon eins bekommen ich habe die m1 bekommen ich habe eine panzerfaust gesehen ich habe auch eine gesehen ich frag mich ob das irgendwann noch normal farbig ich jetzt oder du oh yeah dg3 oh gott nicht dg3 oder oh nein weggt er mal ja ich meine eher wegen diesem bug falls du spart er später juggt die produktion yeah die gutshot hat er mit sicherheit gefixt du meinst das problem dass du durch deine dg2 den jugger verlierst ja 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 da mit sicherheit gefixt ich habe mich auf die psychotic journey übelst aufgeregt obwohl ich die habe ich so richtig episch von da kommt das dann die gibst du einen medic die ist gut ja zwei minuten müssten langsam vorbei sein doch mal müssten ja gleich vorbei sein ich glaube ich sehe den raum auch schon wenn es hier irgendwie links da leuchtet so hier ach du scheiße was geht hier ist das was ist das endgame 100.000 100.000 endgame jungs oh ist das episch gemacht sieht das episch aus oder was endgame 100.000 endgame jetzt müssen wir aufpassen wir müssen das spielen sechs minuten mit beenden ja ja und sonst jetzt hier jetzt hier machen oben ja oh gott ja die kiste was ist das denn ein teleporter ist das hier ja das ist ein teleporter irgendwo hin aber wohin ich habe ich 100.000 im an ja jan macht 100.000 bei dir jan ihr könnt immer muni kaufen wenn ich mein mg leer hab oder あren mach ich Ich kaufe dir Double Points immer. Double Points und Muni kaufe ich immer. Ist sonst noch was, was der Teleporter hat. Ich brauche hier dann gar nicht reinballern. Ja, wissen wir nicht. Oh, ist die episch, die Map war. Jungs, sowas mag ich. Guck mal, es ist mit Sicherheit kampfscharf. Du mappst ja selber. Ist das hier viel Aufwand? Nö, ne? Also es ist natürlich Aufwand. Aufwand ist es immer. Also mit Jaffel mit Philipp mache ich dir das in einem Tag. Ja, siehste. Aber sowas ist geil. Ein Tag Arbeit und richtig geil. Ich liebe sowas. Natürlich mag ich auch mal so Maps wie Anstatt der Untoten. Weißt du, wo richtig, richtig aufwendig alles gemacht ist. Große Map mit einem schönen E-Stack und so. Aber sowas ist doch auch mal geil. Ich habe Double Points geholt. Ja, Double Points. Du schaffst keine, du schaffst keine 100.000 in 6 Minuten. Ja, die anderen. Nico darf nicht da rein. Ich schieße auch nicht rein. Nico, du auch nicht. Nico, nicht rein schießen. Würde ich die 100.000 schon schaffen. Wofür ist der Teleporter? Warte. Es gibt einen Trick bei der Wirderscheins. Einfach R und linke Maustaste. Hammer, dann bannst du ihn so durch. Weil der so schnell nachbläht. Okay. Ich bin doch primitiv, aber ich habe ein paar Granaten draufgebrochen. Was? Ist das hier ein Pack of Punch? Was war das? Was? Wo? Nachladen. Was war das jetzt? Biet Cola. Kann wir mir anders. Oh, guck mal. Der kann gar nicht auskommen. Nachladen. Ich hole immer Double Points. Und Muni und Double Points. Ich habe einfach mal beides geholt. Das ist kein Problem. Doch, ich schaffe 100.000. Wir sollten uns abwechseln. Ja, schaffst du auch. Nee, er schafft es. Er schafft es. Er schafft es. Du schaffst Bescheid, dann schieße ich. Ja, wenn ich nachladen muss, dann könnt ihr ruhig schießen. Ich hole gleich Double Points. Nachladen. Ja, mach. Geht gerade nicht, warte. Geht weiter. Geht gerade nicht. Warum auch immer. Brauchst du Muni oder so? Nee, gerade nicht. Versuch du mal Double Points zu kaufen. Nachladen. Geht nicht. Geht nicht. Ja, das schafft man in 6 Minuten. Schafft man. Insta-Kill hole ich nicht, weil das Punkteverschwendung wäre. Ja, ja, auf jeden Fall. Nachladen. Ich kann keine Double Points holen. Oh, Monkeys. Wer weiß, was noch kommt. Oder ist das Endgame 6 Minuten? Weiß es nicht. Wir waren noch auf einer Map. Da ging es nach dem Endgame, hat es uns noch mal in so einen leeren Raum gehauen. Ja. Ah, Double Points, gut. Was ist das? Ach, nein. Geil wäre es, die Bank, ne? Aus dem 0.2. Ja. Nachladen. Kampfstoff, so ungefähr. Es ist jetzt scheiße, wenn das jetzt hier wirklich vorbei ist. Das ist so gut für laut bei mir. Also dann war es auf jeden Fall mal ein Quickie, also ein geiler Quickie. Ich hole gleich wieder Double Points. Ah, ich habe die O.G. Ja, ziel mal. Ziel mal. Ja, das bringt gar nichts, ne? Oh, hole ich, hole ich. Hals gut? Nee. Gehst du? Geh ein Stück vor. Geh ein Stück vor. Ja, sag mal, kann ich mir das hier alles nicht leisten? Vielleicht kann ich es deshalb nicht holen. Äh, nee, kostet ungefähr 1.000. Oh Gott. Okay. Jan, du schaffst das. Wir glauben an dich, Jan. Ja, schafft er auch. Schafft er. Wir haben gleich 10 Minuten rüber. Na, warte mal 30 Sekunden. War, bis wir rauskamen, ne? Ach nee, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es so ist. Ja, nee, so darfst du gar nicht rechnen, so darfst du gar nicht rechnen, weil erst nachdem es anzeigen, ab dann zieht die Uhr. Naja. Ich nehm jetzt den Jugo nicht. Nee, nee, nicht nehm. Ich weiß, wenn es so lange bleibt. Weiß, Geld, Geld, was weg geht, ist auch doof. Brauch mal kurz. Frisch 60. Insta ist jetzt richtig scheiße gewesen. Warte, ich mach kurz 40 Punkten, damit ich wieder Double-Kreuz kaufen kann. Hat einer mal eine Trombs gezählt? Die Zombies gezählt? Hm? Nö. Nachladen. Ich kann nicht. Ich glaube, es waren 673. Also Max immer konnte ich kaufen. Na, Double-Points kann ich nicht kaufen. Nachladen. Du hast das bald, komm. Ich glaube an dich, du schaffst das. Und wenn nicht, müssen wir dich können. Wir müssen sagen, ich habe noch nicht den Raum angeguckt. Ich war die ganze Zeit hier gestanden. Ja, hier ist nichts. Oh, Endgame ist. Ach so, zu so einem Computer musst du rennen. Der ist genau rechts neben dir. Ja, Double-Points Gold. Nachladen. Brauchst du Money? Nee. Ich nehme jetzt wieder Afterburner. Ich habe einen Money, hast du? Afterburner und das MG, die Border-Coer. Der hat echt viel Money, ne? Echt. Jetzt habe ich 1000 Punkte, kann ich gleich wieder Money oder Double-Points kaufen. Komm, komm, komm. Gleich hast du es, gleich hast du es. Ja, du hast es gleich. Oh, nein. Werf einen Affe. Affen, affen, affen. Ich will den. Ich will den. Nein, nein. Ich habe keine Warte, warte. Nein, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Ich kann ihn nicht retten, oh mein Gott. Oh, nee. Mach keinen Scheiß. Alles klar, da unten? Gut, 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 gut. Weiter geht's. Jan wollte uns im Stich lassen, Alter. Ja, jetzt hat er keinen Quick-Revive mehr. Äh, keine Speed-Cola mehr. Kein Quick-Revive. Nachladen. Too late. Gut, 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 gut. Vielen Dank.